Ja moin moin meine One Piece Freunde, heute begrüße ich euch für ein neues Sugo Fest Video Und ja, das Akaino Sugo Fest ist heute da, richtig gelles Sugo, es gibt neue gute Charaktere Und es gibt einen mit der besten Legends, wenn nicht sogar die beste Legends Es ist letztendlich Ansichtssache, ob Timeskip, Ruffy oder Akaino, ich sag mal, habt mal viele Legends Ist Akaino denke ich mal besser, weil der ist Numpus Ultra für Raid Bosse und für Legends Als Captain ja gesehen, hat man jetzt ein gutes Free Spirit Team, also mit guten Subs und so Da ist auf jeden Fall Timeskip, Ruffy, boah, übertrieben geil, letztendlich sind alle zwei übertrieben geil Und jeder der einen vom Weiten hat oder wenn nicht sogar alle zwei, also der kann sowas von glücklich sein Also haben wir hat so genug gequatscht, ich wünsche natürlich allen viel Glück, die heute dennoch poolen sollten Ich gehe mal davon aus, werden nicht allzu viele sein, da wir ja bei zwei Jahren so richtig auf die Kacke alle gehauen haben So muss das übrigens auch sein Und ich mache dennoch Multi Schau einfach mal, wir haben jetzt letztes Mal oder in letzter Zeit, jetzt sag ich mal, so viele Gems gekriegt Jetzt mit neuen Colosseum und alles Und ansonsten gibt es Rayleigh Punkte, wenn ich mich jetzt nicht täusche, war der elfte Pool ein so oder so Einer von den neuen Batch, sag ich jetzt mal Okay, der bringt noch nicht mal Rayleigh Punkte, wenn ich mich jetzt nicht täusche Der bringt Rayleigh Punkte, Vergo ist eigentlich ein guter Charakter auf jeden Fall Aber hatte ich, oh, ja nice, Momonga, das ist der neue Ich würde mich übrigens über Gab, würde ich mich freuen Auch schon 5 Star, finde ich geil Damit natürlich jetzt mit Young Whitebeard am dritten Tag den Buster Call Clash haben Sprich, ich kann den gleich mal ein paar Sockets und sowas geben Da passt das natürlich Und da bekomme ich schon den nächsten neuen Auch ein Gumo Leider nur 4 Star Aber der hat trotzdem schon Der startet mit einem 15er Cooldown Finde ich gar nicht so schlecht Ist wieder ein neuer In-Slasher Driffen ist er auch Nice, finde ich cool Und da bekommen wir Smoker Ich glaube, der war beim ersten Patch davon Habe ich aber auch noch nicht gehabt Also ist jetzt schon mein dritter neuer Also kann ich eigentlich jetzt schon voll und ganz zufrieden sein Stromspa-Modus Bitte noch nicht, halt noch durch Okay Smoker, der ist heute richtig hart drauf So, nochmal Popelmann Erster Pool, letzter Pool Popelmann Und es ist ein Gold Komm, Gab, wäre so geil Ja Yes, Baby Ich bin voll und ganz zufrieden Ich habe vier neue Ich habe den neuen Charakter gezogen Den ich haben wollte Und zwar gab Deswegen bin ich glücklich Nice Hammer, geil Okay, da wünsche ich euch natürlich Alles viel Glück Mag es beim Zuko sein Mag es bei Young Whitebeard sein Holt euch auf jeden Fall den Totenschädel Wenn ihr den letzten Whitebeard habt Und ja Schauen wir einfach mal Was sich die nächsten Tage ergibt Videos gibt es morgen wieder Sag ich jetzt schon mal Das Stromspa-Modus geht an Okay, ich muss mich beenden Sag ich, haut sie rein Und ich liebe es zum nächsten Mal